Was hast du dir in DASCHE wieder rausgesucht? Es glitzert überall. Krass, das ist kein Filter gerade, ne? Das sieht so geil aus. Das ist eine geile Jange. Ja, aber echt. So Leute, wir sind jetzt im Büro. Wir hatten gerade noch einen Call. Und jetzt werden wir eine Podcast-Folge für euch aufnehmen. Und wir waren sehr lange nicht mehr hier. Ich freue mich. Was macht die denn da? Sonst alles gut oder bist du ein Jäger und Sammler? Ich möchte nur so einen Blumenkranz machen. Ein was? Haben wir nicht genug zu tun? Musst du jetzt einen Blumenkranz machen? Ja, ist gut. Ganz was Feines. Jetzt ratet mal, wer hier wieder auf den letzten Drücker erscheint und mal wieder zu spät ist. Ich sitze hier, startklar, möchte performen vom Allerfeinsten. Und sich einfach mein Bein runterwerfen. Jetzt wirklich. Wie ist das, wenn ich aus dem ich auch assess die Beinen angesprochen habe. Vielen Dank.